Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wäre ich natürlich sehr gerne bei Ihnen und würde das Seminar mit Ihnen heute gemeinsam gestalten. Der einzige Vorteil ist, dass ich tatsächlich ganz ohne Maske hier heute bei Ihnen sein darf. Mein Name ist Eckart Hammelmann, ich bin pädiatrische Allergologe und Pneumologe, leite hier das Kinderzentrum Bethel in Bielefeld und ich möchte mit Ihnen über Allergien bei Kindern sprechen. Das ist ein spannendes Thema. Warum? Weil eben immer noch die Allergien bei Kindern sehr häufig sind. Das ist eine von diesen Erkrankungen, die in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben. Dazu gehört Rheuma, dazu gehört Diabetes, dazu gehören auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, aber eben auch Allergien. Asthma, Heuschnupfen, Nahrungsmittelallergien, atopische Dermatitis, das sind die häufigen chronischen Erkrankungen im Kindesalter. Wir können ganz grob sagen, jedes vierte Kind hat eine allergische Erkrankung. Es sind etwa 25 Prozent der Kinder betroffen, verschiedene Altersklassen, verschiedene Anzahl, aber so ist das etwa die Zahl. Warum wissen wir das so gut? Weil es eben diese sogenannte KIX-Studie gibt. Das ist eine Querschnittsuntersuchung vom Robert-Kocher-Institut und in der KIX-Kohorte wurde eben in mehreren Wellen untersucht, wie viele Jungen, wie viele Mädchen in welchem Alter sind betroffen von Sensibilisierung, von entsprechenden Erkrankungen. Und in den neueren Untersuchungen zeigt sich eben, das wird hier in dieser Grafik eben deutlich, dass wir mit den Sensibilisierungen, wenn Sie hier mal gucken in diesen Altersklassen 11 bis 17 Jahre, etwa 50 Prozent aller untersuchten Kinder, das sind keine Patienten, sondern Kinder, Sensibilisierung zeigen, also spezifisches IgE gegen bestimmte Allergene aufweisen. Das heißt, wir schieben hier ein großes Potenzial an möglichen Patienten vor uns her, die dann irgendwann bei Ihnen in der Praxis, bei uns in den Kliniken, in den Spezialabulanzen auftauchen könnten. Warum sind die Sensibilisierungen nicht ganz belanglos? Weil sie natürlich, wenn sie vor allem früh auftauchen und dann auch noch mit einer obstruktiven Bronchitis, dem sogenannten Wheezing, verknüpft sind, ein hohes Risiko für Asthma darstellen. Das ist hier eine Untersuchung aus einer Geburtskohorte, der Masskohorte, da sehen Sie, dass sie bei einer frühen Sensibilisierung gegen perenniale Allergene, das ist natürlich die Milbe, und einem Wheezing-Phänomen im ersten Lebensjahr ein 15-fach erhöhtes Risiko für Asthma vorliegen haben. Also tatsächlich ein riesiger, großer Risikofaktor, diese Sensibilisierung darsteht. Das ist eben dieser Etagenwechsel, vor dem wir als Pädiater Angst haben, vor dem die Eltern Angst haben. Das beginnt mit leichten Sensibilisierungen, häufig oft eine atopische Dermatitis, aber dann kann es eben auch Asthma werden. Das ist eine chronische Erkrankung, eine auch nicht harmlose Erkrankung, die natürlich Lebensqualität stark beeinflusst. Die erste Frage, die uns als Pädiater oft gestellt wird von den Eltern, ist eigentlich die, bekommt mein Kind eigentlich auch eine Allergie? Und das kann man ganz gut beantworten, wenn man sich die Familienanalyse anschaut. Und man kann ganz grob sagen, wenn Eltern die gleiche allergische Erkrankung haben, Vater und Mutter eine atopische Dermatitis auch aufweisen, dann sind sie bei etwa 80% Wahrscheinlichkeit, dass das Kind diese gleiche Erkrankung auch bekommt. Das wird dann immer dünner oder immer leichter vom Risiko, je weniger dick die Familienanalyse ist. Aber das ist schon mal ein guter Hinweis. Damit können sie schon mal viel Sorge rausnehmen oder beziehungsweise Klarheit schaffen, weil eben die Genetik sehr, sehr stark bei diesen Erkrankungen ist. Wir haben lange immer vom atopischen Marsch gesprochen. Das ist eben diese Aufeinanderfolge von allergischen Erkrankungen. Wir wissen, dass das nicht in einer Regelhaftigkeit passiert. Es ist nicht so, dass immer zunächst die Neurodermitis entsteht, daraus eine Nahrungsmittelallergie wird und daraus ein Asthma oder eine allergische Rhinitis. Aber trotzdem wissen wir, dass es einen hohen Zusammenhang gibt, insbesondere zwischen der atopischen Dermatitis und der Entstehung von allergischer Rhinitis und dem allergischen Asthma. Das sind auch wieder hier Daten aus dieser neugeborenen Kohorte. Da sehen Sie, 50% der Kinder mit einer schweren atopischen Dermatitis entwickeln später eine allergische Rhinitis oder ein allergisches Asthma bronchiale, 75% sogar, eine allergische Rhinitis. Das erklärt sich ganz einfach durch die Barriere-Störung. Das ermöglicht die allergische Sensibilisierung. Das begünstigt die Entstehung dieser Systemerkrankung. Das ist eigentlich der atopische Marsch heutzutage, der über die genetische Anlage zur Sensibilisierung und der Barriere-Störung der Haut letztendlich die respiratorische Allergie begünstigt. Das heißt, die zweite Frage, nicht nur nach Allergie, sondern bekommt mein Kind Asthma, lässt sich auch relativ gut beantworten, wenn Sie eine familiäre Vorbelastung haben, ein Kind mit einer Neurodermitis vor sich haben und wenn Sie dann noch eine Sensibilisierung bei diesem Kind bereits nachweisen können, dann können Sie leider, muss man sagen in diesem Fall, auch mit 80%iger Wahrscheinlichkeit sagen, das Kind hat mit sieben Jahren eine respiratorische Allergie. Das hilft aber, weil man dann eben entsprechende therapeutische und diagnostische Maßnahmen einleiten kann. Man muss nicht im Dunklen stochern, sondern man hat auch ein klares Ziel, nämlich eine gute kontinuierliche Anbindung dieser Patienten, eine Betreuung und auch eine gute Therapie eben. Weitere Risikofaktor für die Entstellung von Asthma, von chronischem Asthma, ist die allergische Renitis. Neben der allergischen Sensibilisierung der große Risikofaktor für diese Erkrankung. Auch hier Daten aus zum Beispiel der KIX-Studie. Der Etagenwechsel ist um das 3,6-fache begünstigt bei Jungen und 2,3-fach bei Mädchen, wenn sie eine allergische Renitis bereits haben, in diesem Alter 0 bis 6 Jahre. Das heißt, eine frühe Entwicklung eines Asthmas wird begünstigt durch eine frühe allergische Renitis. Das ist wichtig, damit wir uns auch später darüber klar werden, was wollen wir in unseren therapeutischen Konzepten erreichen. Geht es hier nur um Symptomlinderung oder geht es vielleicht auch um Prävention von Asthma? Ganz kurz zusammengefasst die Epidemiologie. Allergien sind häufige Erkrankungen. Das ist etwas, womit jeder Pädiater oder jeder Allgemeinmediziner sich auseinandersetzen sollte. Familiäres Risiko begünstigt allergische Erkrankungen. Der allergische Marsch wird durch die atopische Dermatitis begonnen. Und frühe Sensibilisierung allergischer Renitis sind hohe Risikofaktoren für Asthma. Ich beginne jetzt mit einem Patienten, den ich tatsächlich vor zwei Tagen erst gesehen habe. Aber ich fand den sehr eindrucksvoll. Ich möchte Ihnen den zeigen. Das ist der kleine Paul. Der ist gerade mal ein halbes Jahr alt. Erster Lebensmonat Kopfgneis wird von den Eltern oft als Milchschorf missdeutet. Das ist der Gneis oben am Kopf sozusagen. Aber dieser Junge hatte eben auch das Wangenexem, hatte eben auch das, was man dann mit dem Milchschorf bezeichnen kann. Im dritten Lebensmonat oder bis zum dritten. Klassische Ausbreitung, Entwicklung, starken Juckreiz. Das ist klassischerweise nicht in den ersten Lebensmonaten vorhanden. Im fünften Lebensmonat Einweisung in eine benachbarte Kinderklinik mit fraglich-anaphylaktischer Reaktion. Dort eingetroffen, Ernährung bis dahin komplett brustgestillt, also nur Muttermilch getrunken. Im Labor zu diesem Zeitpunkt nachgewiesen im Differenzialblutbild 21% Iosinophile. Deutlich erhöhtes Gesamt-IgE. In dem Alter sollte er unter 20 haben. Und nachweis einer spezifischen Sensibilisierung gegen Hühnerei, Weizenführend, ein bisschen Kuhmilch, eine Spur Erdnuss, Soja und Fisch negativ. Sie sehen, das ist dieser Screening-Test, den man gut dann machen kann. Dieser FX5-Screening-Test auf Nahrungsmittelallergie. Da sehen Sie so ein bisschen das Problem. Was hat dieser Junge? Eine frühe Neurodermitis, eine frühe Sensibilisierung und die ersten Zeichen einer Nahrungsmittelallergie. So sieht das aus. So sieht ein entsprechendes Wangen-Eczem aus. Das ist keine harmlose Erkrankung. Das führt zu Seuchen durchmachten Nächten. Da sehen Sie durchgeblutete Bettwäsche von kleinen Kindern, die sich wirklich blutig kratzen. Das ist eine schwer belastende Erkrankung für die ganze Familie. Auch hier hilft es, dass man sich darüber im Klaren ist, wie allergisch ist die Neurodermitis. Es ist keine allergische Erkrankung. Es ist eine Barriere-Störung der Haut. Aber sie ist vergesellschaftet mit einem erhöhten Anteil von Sensibilisierung. Etwa zwei Drittel der Patienten weisen eine allergische Sensibilisierung auf und davon die Hälfte eine klinisch relevante Nahrungsmittelallergie. Das heißt, auch hier die ganz klare Take-home-Message. Machen Sie eine vernünftige allergologische Diagnostik bei Kindern mit einer Neurodermitis. Neurodermitis begünstigt die spätere Entstehung anderer allergischer Erkrankungen, auch respiratorische Allergien. Das heißt, haben Sie das im Blick, rechtzeitig darauf zu achten, diese Kinder verdienen eine vernünftige allergische Abklärung, weil man eben auch auf die Nahrungsmittelallergie dann abzielt. Man kann gut beginnen mit den Screening-Tests, um einfach hier erstmal einen ersten Eindruck zu bekommen. Das ist dann das Quinködem bei einer manifesten Nahrungsmittelallergie. Nahrungsmittelallergie, das wollen wir natürlich am liebsten verhindern, aber es lässt sich schwer verhindern. Es sind immer die akzidentellen Aufnahmen der Nahrungsmittel, die zu solchen Problemen führen. Insbesondere fürchten wir natürlich hier die Erdnuss- und die Baumnussallergien, weil sie die persistierende Form der Nahrungsmittelallergie darstellen. Kuhmilchhühnerei verschwindet nicht immer, aber häufiger in den ersten Lebensjahren. Da gibt es eine natürliche Toleranzentwicklung, die diese Erkrankung etwas begünstigt. Hier Daten wiederum aus der KICS-Studie, 10% der deutschen Schulkünder weisen eine Sensibilisierung gegen Erdnussproteine auf. Und davon etwa jeder Zehnte, nämlich dann insgesamt 1% bis 2% haben eine klinisch manifeste Erdnussallergie. Also eine relativ häufige Erkrankung, wichtige Erkrankung, zwei Patienten hierzu. Als Beispiel, wie man sich dem Ganzen nähern kann. Stefanie 5 Jahre, Jonas 14 Jahre. Aber Stefanie hat Asthma, Birkenpollenallergie, Verdacht auf eine Nahrungsmittelallergie. Da gibt es häufiger Hinweise auf Unverträglichkeit. Jonas hat Asthma, eine atopische Dermatitis und ebenfalls Verdacht auf Nahrungsmittelallergie. Beide reagieren positiv auf den Pricktest mit der Erdnuss. Und dann will man eben wissen, ist das wirklich eine Nahrungsmittelallergie? Dann geht man weiter, macht die Allergiediagnostik. Die Extrakte, Sie sehen hier die IgE-Diagnostik, eine mittelgradige Birkensensibilisierung, ebenfalls die Haselnuss und die Erdnuss bei der Stefanie. Und beim Jonas findet sich eine Sensibilisierung gegen die Erdnuss, nicht höher als bei der Stefanie. Jetzt ist eben wichtig zu unterscheiden, es ist nicht alles das Gleiche, was in der Erdnuss steckt. Es gibt verschiedene Proteine mit verschiedenen Gefahrenklassen sozusagen. Die Proteine, die sogenannten Speicherproteine, die besonders gefährlich sind, die assoziiert sind mit gefährlicher Nahrungsmittelallergie, mit anaphylaktischen Reaktionen, sind die hitzestabilen und auch magensäureresistenten Proteine, die dann sozusagen eben nicht abgebaut werden, sondern weiterhin als Allergen im Organismus vorhanden sind. Das sind eben vor allem die Speicherproteine. Das sind ein bisschen die Pip-Transferproteine. Und hier ganz am äußeren Rand sind die sogenannten PR-10-Proteine, Kreuzreaktionen zum BETV1 der Birke. Das ist das Majorallergen der Birke. Das sind also reine Kreuzreaktionen zur Birke. Und hier Profiline, das ist ein Panallergen in einem Pflanzenreich. Die sind relativ harmlos. Das muss man also auseinanderhalten. Deswegen wird auch hier entsprechend die Diagnostik gemacht. Provokation mit Erdnuss führt bei der Stefanie zu einem negativen Ergebnis, hat darauf nicht reagiert. Beim Jonas zu einer generalisierten Urticaria mit sogar Atemwegsbeteiligung, also einer Grad 3 Anaphylaxie. Und wenn Sie jetzt hier die Komponentendiagnostik sich angucken, sehen Sie eben hier, Stefanie hat reinweg diese sogenannten PR-10-Proteine. Das sind die analogen Proteine zum BETV1, zum Majorallergen der Birke, in diesem Fall eben ARAH8-CORH1. Und bei dem Jonas sind vor allem eben die Speicherproteine ARAH1-H2 positiv. Das macht ihn zu einem gefährlichen Erdnussallergiker. Take-home Nahrungsmittelallergie. Machen Sie hier die Komponentendiagnostik, insbesondere wenn Sie Baumnüsse und Erdnüsse angucken wollen. Es bleibt dabei, orale Nahrungsmittelprovokation ist der goldene Standard für die Diagnose einer Nahrungsmittelallergie. Bitte vor allem bei Kleinkindern unter stationären Bedingungen, weil sie natürlich da eine gewisse Gefährdung auch mit verursachen. Abschließend möchte ich noch über das Asthma sprechen. Asthma bei Kindern ist natürlich auch ein bisschen mein Lieblingsthema, aber ist auch die wichtige chronische Erkrankung, die uns sozusagen dann auch bleibt und ins Erwachsenenalter übertragen wird. Auch hier ein Patient aus meiner Sprechstunde, noch aus dieser Woche, Ludwig, in diesem Fall ein 7-Jähriger, 7,5-Jähriger Junge. Erstmalige Symptome einer allergischen Rhinitis, klassisch April bis Juli vor vier Jahren. Allergietest damals schon durchgeführt, massive Sensibilisierung spezifisch gegen Gräser, ein bisschen Spuren auch gegen die Birke. Kein wirkliches Asthma, lediglich eine leichte bronchiale Überempfindlichkeit. Dann wurde konsequenterweise begonnen hier mit einer Immuntherapie, da können wir gleich noch drüber reden. Start bereits dann im September 2016 Gräser-Tablette. Im Folgejahr überwiegend okuläre Symptome, ein bisschen Rhinitis, keine unteren Atemwegsbeteiligungen mehr. Im Sommer dann weiterhin milde AR-Symptome. Wir haben noch mal ein bisschen weiter geguckt, haben wir im Prick-Test dann Alternaria hoch positiv gefunden, Gräser weiter positiv. Der Rest eigentlich nur schwach positiv, so im Grenzbereich. Haben gesagt, wir müssen hier weiter gucken. Wir machen eine nasale Provokation. Die Milbe war in diesem Fall negativ, Alternaria war aber klar klinisch positiv. Das heißt, auch hier lohnt es sich, eine Immuntherapie zu starten. Wir haben ein zweites Allergen mit einer Belastung im Sommer und haben hier eine subkutanen Immuntherapie mit Alternaria begonnen. Nun kommt die Mutter mit dem Ludwig wieder in dieser Woche und sagt, so richtig doll ist das nicht geworden. Wir haben doch ziemlich viele Symptome gehabt im Mai, Juni. Häufiges Räuspern, häufig hier immer der Juckreiz im Rachen. Richtige Symptome für Asthma waren es aber nicht. Die AIT Gräser-Alpe besteht nun seit dreieinhalb Jahren, Alternaria seit anderthalb Jahren. Eine Mutter fragt dann, ist das eigentlich überhaupt eine Gräser-Allergie? Ist das die richtige Immuntherapie? Was können wir machen? Jetzt habe ich etwas gemacht, was ich sonst nicht mache. Jetzt habe ich hier wirklich mal der Mutter zuliebe sämtliche Gräser durchgetestet. Und es ist auch sehr schön, dass wir uns das hier heute gemeinsam mal angucken können, weil es zeigt einfach das, was ich auch vorher gesagt habe der Mutter. Die sind alle kreuzreaktiv. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist das richtige Präparat. Es ist eben so, dass diese Gräser alle untereinander kreuzreaktiv sind. Denn hier sehen Sie Hoch, Knäuel, Leuch, Lischgras, alle gemeinsam schön balsam. Hunderter Kilo Jens pro Liter. Massive spezifische Sensibilisierung. Aber gucken Sie das Gesamt-IgE an. Tausender Gesamt-IgE. Das ist ein brutaler Atomiker, mit dem wir es hier zu tun haben. Den kriegen wir auch mit der Immuntherapie nicht auf Null gedreht. Aber den können wir natürlich helfen, dass er nicht unbedingt sein Asthma entwickelt. Das hat er bisher auch nicht getan. Sie sehen ebenfalls kurzreaktiv Roggen und Hafer. Sie sehen aber dann nur Spuren von Birke, von Esche, von Ambrosia, von Beifuß. Alternaria, was im Pricktest sehr hochpositiv war. Jetzt kommt hier ein Hubschrauber vor, weil wir befinden uns in der Klinik. Alternaria im Pricktest hochpositiv war hier mit einer mittel- oder schwach-positiven Reaktion ausgewiesen. Und das, was ich Ihnen jetzt hier rot anleuchte, ist eigentlich eine vernünftige Diagnostik. Wenn Sie gucken wollen, hat jemand respiratorische Allergene, nehmen Sie die Gräser, nehmen Sie die Birke, nehmen Sie die Esche, nehmen Sie Alternaria, Beifuß, Ambrosia, nehmen Sie die Milbe, dann sind Sie eigentlich gut unterwegs. Jetzt wollten wir ja hier gucken, ist die Immuntherapie korrekt? Natürlich könnte man sich auch fragen, hat er wirklich die Major-Allergen-Sensibilisierung gegen die Gräser oder ist das was anderes, was wir nicht verstehen. Deswegen haben wir auch hier die Komponenten eingesetzt, haben uns angeguckt, wogegen ist er denn wirklich sensibilisiert? Im Gräserbereich und Sie sehen, der hat eine ausschließliche Sensibilisierung gegen die Major-Allergene, Flee-Pi-1 und Flee-Pi-5, das sind die Major-Allergene des Lieschgrases. Keine Sensibilisierung gegen Polkalzin, Flee-Pi-7 und das Profilin, Flee-Pi-12, das sind diese Pan-Allergene im Pflanzenbereich. Wenn Sie nur diese Sensibilisierung hätten gegen Profilin und Polkalzin, wäre tatsächlich die Immuntherapie redundant gewesen. Insofern können wir sagen, ja, wir liegen hier richtig, wir machen die Immuntherapie, wir werden jetzt hier nochmal einen Präparatewechsel machen. Wir werden jetzt eine 5-Gräser-Tablette nehmen, wir haben ja eine nachgewiesene Pan-Gräser-Allergie und werden einfach nochmal gucken, ob wir mit einem Präparatewechsel was erreichen. Immuntherapie ist immer noch für uns die einzig kausale Behandlung, das ist das einzige Mittel, um eine Entstehung von Asthma, wenn überhaupt, zu verhindern. Wir haben eine ganz gute Chance, 50% Reduktion des Risikos der Asthma-Entstehung bei einer ausschließlichen allergischen Drogenitis. Das müssen wir, denke ich, mitnehmen, das sollten wir unseren Patienten nicht vorenthalten, das sollten wir in jedem Fall wahrnehmen. Hier sehen Sie einfach mal, wie effektiv Immuntherapie sein kann. Das ist Beobachtungsstudie mit einer 5-Gräser-Tablette, also eine sublinguale Immuntherapie mit einer Gräser-Tablette. Hier sehen Sie mal abhängig vom Alter, wie viel Symptomreduktion erreicht werden kann. Sie sehen, das kann man von Weitem sehen, dass eigentlich die Balken sich übereinander ziehen lassen. Das heißt, unabhängig vom Alter erreichen Sie hier gute Symptomreduktionen. Das gleiche nochmal aufgedröselt für die Frage Polyvalente versus Monovalente Allergiker. Das ist immer eine wichtige Frage in Ihrer klinischen Praxis. Das heißt, Kinder, die jetzt so wie dieser Patient vorhin sensibilisiert ist gegen mehrere Allergene, gegen meinetwegen Birke, Milbe und Gräser, ist der denn geeignet für eine Immuntherapie? Ja, das ist er. Das sehen Sie auch hier. Das sind tatsächlich Daten von vielen hunderten Patienten, dass die Monoallergiker zwar ein bisschen besser funktionieren mit der Immuntherapie, aber das überhaupt nicht wahr ist, dass man sagt, ein polyvalent sensibilisierter Patient ist für eine Immuntherapie ungeeignet. Ganz im Gegenteil haben wir hier einen sehr, sehr schönen Effekt mit der 5-Gräser-Tablette gesehen. Hier die Frage, Patienten mit und ohne Asthma, haben wir da einen Unterschied in der Effektstärke? Nein, auch nicht wirklich Patienten ohne Asthma, ein bisschen, ein bisschen mehr als Patienten mit Asthma. Das sind die Renitis-Symptome und jetzt hier die Reduktion der Asthma-Symptome bei Patienten, die eben mit einer Begleit-Asthma-Erkrankung eingeschlossen wurden für eine Immuntherapie, 5-Gräser-Tablette. Auch hier sehen Sie eigentlich, dass das Asthma gut reduziert wird, auch unabhängig vom Alter. Das Entscheidende ist aber für mich als Pädiater der präventive Effekt der Immuntherapie. Das heißt, was kann ich erreichen, wenn ich eine Immuntherapie früh beginne, wenn ich einen Patienten früh erkenne, der ein hohes Risiko hat für Asthma? Wir haben vorhin darüber gesprochen, welche Patienten das sind. Das sind die polyvalent stark Sensibilisierten, die früh Sensibilisierten, die mit der Neurodermitis, die mit der hohen Familienanamnese. Warten Sie bitte nicht bis zum 13. und 14. Lebensjahr, sondern fangen Sie ruhig mit 4, 5 Jahren an mit der Immuntherapie. Das ist die Zulassung. Mit 5 Jahren dürfen Sie starten und verpassen Sie nicht die Jahre, starten Sie früh. Was Sie erreichen, ist hier genau dieses Delta, dass Sie nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Asthma entwickelt, damit tatsächlich signifikant reduzieren können. Das ist auch angekommen. Das ist auch in unserer nationalen neuen Guideline, in der nationalen Versorgungsleitlinie für Asthma angekommen. Gucken Sie an, was dort steht. Patienten mit Asthma gehören vernünftig allergologisch abgeklärt. Das ist ein Muss. Asthma ist im Kindesalter vor allem eine überwiegend allergische Erkrankung und braucht eine entsprechende Diagnostik. Das Zweite, und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das von den Fachgesellschaften erreichen konnten. Die spezifische Immuntherapie ist jetzt Teil des Therapiekonzeptes von Asthma. Durchweg, durch alle Schweregrade. Sie sehen den Balken, den ich hier rot gemarkert habe für Sie. Durch alle Schweregrade durchgezogen bis zur Stufe 6. Wichtig ist nicht der Schweregrad, sondern der Kontrollgrad. Aber Sie können die Immuntherapie tatsächlich bei Asthma als eine wesentliche Therapieform mit hineinnehmen. Ein Take-Home für Asthma ist eine häufige Erkrankung, ist bei Patienten in dieser Altersklasse überwiegend mit Allergien verbunden. Risikofaktoren sind die atopische Dermatitis und die allergische Renitis. Allergiediagnostik ist ein Muss, ist ein Standard, gehört dazu. Die Immuntherapie bleibt die einzig korsale Therapieform und sollte bei allen Schweregraden erwogen werden. Natürlich nicht bei unkontrolliertem Asthma, sondern eben bei ausreichender Asthmakontrolle. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Hätte jetzt wirklich sehr gerne mit Ihnen ein bisschen diskutiert, die Fälle besprochen. Bin sicher, dass Sie auch ohne mich gut ins Gespräch kommen. Die Vision bleibt die gleiche. Wir wollen gerne irgendwann etwas finden, um Asthma und Allergien komplett zu verhindern. Im Moment haben wir nur die Immuntherapie zur Verfügung. Benutzen Sie sie auch entsprechend Ihren Patientenprofilen und lassen Sie es gut gehen. Vielen Dank.